Auf jeden Fall Heftig, weil wir das erst Wir brauchen die Schmelze und die Schneide Das heißt nach der Kontrolle gehen wir gleich zurück Starten das in drei Tagen Ich stelle es erstmal da hin Vielleicht soll ich doch über meinen Schatten springen Ich sehe die Hühner Das Heilmittel Okay Nacheinander Und Bye Um 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 ...Visionen? ...Visionen? Entschuldigung. Und mit Vision meine ich... ...Kartrolle. Dankeschön. Ich sehe mal, Emily. Dass man da in eine Stufe aufgestiegen ist, dauert. Wir kaufen uns die Rüstung. Trinkt ja nichts. Das Geld kriegen wir auch wieder. Danke. 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 leben wir sehen uns das Meine Praktis-Sword ist gettet. Ich brauche ein neues Essen für mein Frühstück. Ich bete es. No, Ghost. Ever since the water's been polluted, people here have been getting ill. Stomachaches, throwing up, things like that. Basically, water poisoning. Is there anything you can do to help? Well, now, yes, actually. Phyllis has been working on a new antitoxin for a while now. It has some effect on the stomach aches, but she thinks it needs a better primer to maximise it. We're considering the use of bamboo papayas. If you have time, please find some for her to test out. I think there are some wild bamboo papayas over in the collapsed wasteland. Okay, I'll take a look. Hey, what's going on? What happened in the ruins for pollutants to spread into our river? That's what we will find out of here. But probably not more today in the recording. We will now have our new equipment. All right. So we will now have our new equipment. We will now have our new equipment. We will now have our new equipment. Not free, we will now have our new equipment. Let's see if we are looking for the right. dann werde ich noch mal herausfinden wie genau ich mehr möchte ich gerade ausgeben das reicht und das papaya sammeln noch einen tag kommen wir machen und versuchen zu angeln auch wenn es echt verdreckt ist die ruinen können wir morgen auch noch gehen die gleiche mit meiner Ehe gekauft Vielleicht tue ich erst mal da rein Aber die Mission auch schon erledigt Schapaya können wir auch anpflanzen Das tun wir jetzt gerade auch einfach mal Okay, das funktioniert Platzen hier aus Also zwei Stück Da Plus 8000 Golds, nice. Da war wieder 14000. Hi, I haven't seen you around, you are? It drops in, sorry Jack. This takes me back to my younger days, when I was receiving my first sword. Great work, very balanced. Let's go on. Let's go on. Let's go to Sophie and Emily. Dann platzen wir die Bambuspapaga an. Let's go. 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 Oder nur Arme? Ach, Schmerzen. Ach, das. Halsche Jahreszeit. Halsche Jahreszeit. Halsche Jahreszeit. Halsche Jahreszeit. Halsche Jahreszeit. Das ist was krass. Das ist der jöser Mann. Gehen wir doch gleich mal hin. Na ja. Das ist der jöser Mann. 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 Das ist der jöser Mann.